Hey, bin das nicht meine neue Lieblingsschülerin? Ich heiße Bindo. Ja. Was ist denn hier los? Sie will nicht in die Schule gehen und sagt mir nicht warum. Geht's um diese Jungs? Keine Jungs, keine Dates. Ich will nicht, dass meine Tochter geschminkt rumläuft und Selfies von sich macht. Geh's ruhig an. Keine Herzen brechen, schon vergessen. Bindo, hast du eine Sekunde? Ich würde gerne wissen, wie es für dich in der Klasse läuft. Ich hab das Gefühl, dass keiner mich mag. Das ist doch ganz normal in der Highschool. Daran ist nur mein Stiefvater schuld. Er der Meinung war, ich bräuchte die absolut amerikanische Highschool-Erfahrung. In wie vielen Kursen musst du dich testen lassen? Spanisch. Für diesen Test wird eine Gebühr fällig. 57 Dollar. Oh, du bist geliefert. Also, wie willst du das machen? Ähm, du musst mir 55,75 Dollar bringen. Wieso? Den Tanz. Weißt du was, ich muss mit deiner Mom darüber reden. Hast du die Notizen zu rationalen Funktionen? Okay, 5 Dollar. Was? Madame, bitte. Ich zahle dir 5 Dollar. Ich hab gehört, dass du alle nach Geld fragst. Dann solltest du es dir schnell holen. Weißt du, was mit Bindo los ist? Ich hab nicht alles. Wo hast du das ganze Geld her? Ich weiß nicht mal, wo du warst. Wo bist du denn gewesen? Es waren nur du und ich. Und dann hast du mich einfach weggestoßen. Die anderen füllen Rasierschaum in meinen Spind und bewerfen mich mit Sachen und du hast mich hier reingesteckt. Glaub mir oder nicht, es wird besser. Woher weißt du das? Wir sehen uns. Weißt du, was ich mache, wenn ich Probleme habe? Ich stopfe sie in diese Kiste. Das ist echt schräg, Bill. Na ja, ich bin schräg. Und du auch. Und was passiert jetzt? Ich weiß es nicht. Ich bin neu in sowas. Ich bin neu in sowas. Vielen Dank.